Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Map Vorstellung und zwar haben wir heute mal eine Pixel Art Map wie man sieht sehr sehr viel gebaut fangen wir mal hier vorne an hier ist der Typ von Family Geirach glaube ich keine Ahnung ich gucke die Sendung nicht dann hier noch so ein Typ da ist dann ein Pokéball hier ist halt noch so ein Monster und noch hier so ein Typ dann gehen wir mal weiter hier vorne rüber so fliegt jetzt extra damit ihr mit den Rest nicht seht hier haben wir dann Super Mario sehr cool gebaut alles hier mit Super Mario auch cool gemacht hier soll auch Super Mario sein aber da fehlt irgendwie der Kopf hier ist superman loko hier dann Tadeus aus Spongebob Batman natürlich ich bin zwar wechsel ich immer das weiß ich nicht genau wer das ist weil ich die Figur immer alle verwechseln hier nur ein Minion hier noch ein Geist aus Mario Kart natürlich Spider-Man darf auch nicht fehlen dann hier so ein Trott dann hier so ein Trott Zelda alles sehr sehr geil gemacht dann hier dann hier Captain America hier weiß ich nicht ob das Hulk sein soll weil der Hulk hat ein Stoch Lila Hose an oder gibt es hier kein Lila doch Lila gibt's hier da weiß ich nicht ob das Hulk sein soll diese lecker Grabenburger oder so Sonic lecker Kuchen R2D2 von so Supermaus und Block dann hier so eine Katze hier der weiß ich gar nicht welche Sender der ist er ist also der Hund Goofy ist das glaube ich oder so nicht Goofy irgendwo so was dann noch ein Minecraft Herz Minecraft Goldbarren und auch so ein Super Mario und Super Mario Monster haben wir hier noch das finde ich ist alles sehr cool gebaut ich könnte dessen so gut nicht schaffen und wie ihr seht von der Rückseite sehen die genauso aus nur genau spiegelverkehrt außer der Spider-Man und der Minion aber sehr sehr cool gemacht Respekt an den Erbauer hier der hat sich echt viel Mühe gegeben wer das hier ist ja aber hier bin ich echt nur liegen wer das hier ist ja keine Ahnung vielleicht hier vorne noch hat nö aber richtig cool aber die können immer sehen wie groß hier der Typ gebaut wurde wenn ich mich da mal so neben stelle könnt ihr ja mal den Vergleich gucken guckt euch den Vergleich mal an wie hoch der einfach nur ist wie hoch der einfach nur ist also richtig richtig cool gemacht ja da hoffe ich euch hat das Video gefallen abonniert uns damit ihr kein weiteres Video verpasst und bis zum nächsten Mal ciao